Wie viel Luft hast du noch? 55. Ida, guck mal. Die sind nicht gefährlich, nur neugierig. Was ist, warum schwimmen sie weg? Tuba! Tuba! Das Bild hat mir drunter! Bitte! Hält deine Taschenlampe an, damit ich sehen kann, wo du bist! Der Brücken lässt sich nicht bewegen. Hier oben hat es auch einen Felsrutsch gegeben, die Telefone, die Sauerstoffflaschen. Alles ist verschüttet. Ida, was treibst du da auf? Ich habe fast keine Luft mehr. Tuba, da war ein Flugzeug. Hilfe! Meine Sauerstoffanzeige ist auf null. Mir geht jeden Moment die Luft aus. Tuba, halt aus. Ich komme. Fuck! Fuck! Help! Untertitelung des ZDF, 2020